Ja, moin moin, herzlich willkommen, Solldurid TV, Folge 45 aus dem Jahr 22, Schrägstrich, Kalenderwoche 45. Ja, nach dem Intro haben wir ein paar kurze Punkte, bis denn, los geht es. Ja, moin moin, da ist er wieder, wir haben ein paar Bilder für euch von der Facebook-Seite, ich gehe da mal rein, denn Völke hat mal wieder von den letzten X-Wing-Aktivitäten ein paar Bilderchen reingepostet, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, so. Einmal das, einmal das. Wie geil, dass so einfach mal gar keiner mehr mit den Standardmarken spielt. Finde ich cool. So, aha, aha, aha. Sehr farbenfrohe Bases. Gott, die Piloten kenne ich alle gar nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Das ist nochmal Gaslands. Das ist vom letzten Mal noch. So, dann hat er aber nochmal irgendwie was gepostet hier, von dem Ja-Win-Szenario. So, vor vier Tagen haben sie ein Ja-Win-Szenario gespielt. Gucken wir uns mal an, was ist das hier eigentlich? Todesstellenlaser? Ah, nee, Trench. Sieht sehr technisch aus. Was ist diese Schablone? Das wäre cool. Vielleicht nochmal in den Kommentaren, Völke, wenn du das liest. Was ist diese Schablone? Was macht die? Das wäre noch ganz interessant zu wissen. Ja, natürlich. Schlacht Ja-Win gehört der Millennium-Feige mit dazu. Weil so richtig erkennen kann ich das nicht. Oder soll das so eine Art Trench-Run-Geschichte werden? Man weiß es nicht. Wäre aber ein bisschen weird irgendwie. Aber so ein bisschen sieht das danach aus. So. So, und jetzt sind wir, glaube ich, schon einmal durch. Ja, sehr cool. Gerne mehr Bilder von den Spielaktivitäten. Gucken wir mal, haben wir noch was? Oh, noch mehr Bilder. Von gestern. Ei, ei, ei. Da hat einer... Die sehen ja mal hart geil aus. Das ist der von... Ah, von Kylo Ren, ne? Der Jäger. So, wir klicken uns einfach mal durch. Ja. Ja, sehr cool. X-Wing im Clubraum. Soll du die Clubraum. Könnt ihr euch angucken. Wir kommen nachher auf die Termine. Mal gucken. Vielleicht ist er wieder X-Wing dabei. So, ein weiterer Punkt, den wir heute haben. Heute war Mitgliederversammlung im Clubraum. Ich will dazu heute noch nicht so viel sagen, weil ich dem Clubraum erstmal oder dem Vorstand Gelegenheit geben will, das erstmal zu veröffentlichen, die ganzen Sachen. Das heißt, da werden wir uns nächste Woche mit beschäftigen. Soweit ich mich erinnere, jemand aus dem Vorstand sitzt neben mir, mag mich da korrigieren, sind alle Anträge soweit einstimmig angenommen worden. Alle geplanten. Alle geplanten, genau. Ja, na klar. So, die sind alle soweit eingestimmt worden. Das heißt, da kommen die Informationen jetzt vom Vorstand aufbereitet an alle Mitglieder und die geben euch dann Bescheid. So, wir nehmen das Thema dann gegebenenfalls, wenn noch irgendwas zu erläutern ist. Wo findet ihr die Informationen? Gehen wir nächste Woche nochmal drauf ein. Ja, dann haben wir als weiteren Punkt unseren Event-Kalender natürlich wieder. Das machen wir ja jede Woche, dass wir einfach mal reingucken, was haben wir nächste Woche in dem Solduri-Mitglieder-Kalender. Siebter bis Dreizehner, das ist diese Woche. So. Ach, guck mal, da wird heute auch noch Guild Ball gespielt. Also wenn jetzt noch einer heute in den Clubraum fahren will, Guild Ball geht da wohl nachher noch los. After World Guild Ball, 1943. So, wir gucken uns aber die nächste Woche an. Nächste Woche haben wir am Dienstag Infinity-Termine. Ich behaupte mal ganz vorsichtig, Infinity findet auch statt, auch wenn die jetzt hier noch nicht eingetragen sind. Aber vielleicht nochmal reingucken die Woche, ob die Infinity-Termine noch dazugekommen sind. Wir haben am Dienstag, den 15. um 19 Uhr, spielt wieder die Südmeergruppe, also DSA. Am Donnerstag, 17. haben wir eine weitere DSA-Gruppe, und zwar die UNO, die spielt. Am Freitag, 18.11. um 18 Uhr ist eine Runde Gaslens im Clubraum. Also das ist das, was ihr irgendwie zwei Folgen vorher als Video gesehen habt. Könnt ihr euch da nochmal angucken. Gaslens im Clubraum. Tabletop mit Matchbox-Autos, wenn du so willst. Abends dann, 19 Uhr, findet auch noch die DSA-Nordland-Gruppe statt. Am Samstag steht Star Wars wieder auf der Agenda, und zwar mit Armada. Das heißt, kleine Schiffe, größere Schiffe, aber im kleineren Maßstab. Flotten sieht auch sehr optisch sehr, sehr cool aus. So, am Sonntag, 20.11. haben wir Arena Rex. Ich weiß gar nicht, sagt mir gerade gar nichts. Tag vor entspannten Gladiatorenkämpfe. So, findet im Clubraum statt. Blutachst und Niedöck sind schon angemeldet. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir nicht das ein oder andere Foto ergattern können davon. So, wie gesagt, am Sonntag um 11 Uhr Arena Rex im Clubraum. Dann um 19 Uhr ist nochmal eine DSA-Gruppe, und zwar die Keine Magier. So, und das war's in der Tat schon. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was zu. Guckt gerne rein. X Infinity vermisse ich so ein bisschen. Aber vielleicht ist das nächste Woche auch nicht. Man weiß es nicht. Ich gehe aber fast davon aus, dass Dienstag und Donnerstag auch wieder Infinity ist. So, ja. In diesem Sinne war's das schon für diese Woche Solduri TV. Auch wieder eine ganz kurze Folge. Aber mal gucken mal, dass wir ein bisschen anderen Input noch haben. Ich werde mich mal aufmachen und dieses ein oder andere Interview führen. Und es wurde eine gute Idee geäußert, dass wir mal einen Rundgang im Clubraum machen. Also so eine Art Roomtour im Solduri-Clubraum. Also von daher, bleibt uns treu. Schaut wieder rein. Nächste Woche, wenn es wieder heißt, Solduri TV. Und jetzt gibt's wieder die wunderbare Endcard. Bis dann. Tschö, tschö. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö k Tschö k